also das ist einmal oder ist erst einmal eine gute bilanz für den stefan da wie der presse dollar aus italien die italiener normalerweise müssen sie schon happy sein denn die haben auch einen guten teamgeist denn andrea bitte 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 morassi ist ja wie gesagt landesrekord geflogen und presse dollar das ist keine floskel wird auch immer besser sicher mit kleinen schritten mit trippelschritten aber auch große reisen beginnen so ja hat sich damals sauber rausgeworfen kann man schon fast sagen 204,5 meter auch für ihn persönliche bestweite unten hat er schon mal gezuckt hatte einen kleinen böe gekommen bleibt aber von und und du weißt genau gert wir haben die reaktion